Begegnung auf Augenhöhe ist einer der drei richtigen Basiswerte, die wir haben. Wir wollen Begegnung auf Augenhöhe sowohl bei unseren Kunden manifestieren, also mit dem Kontakt mit unseren Kunden, als auch beim Kontakt der Mitarbeiter untereinander. Beim Kunden ist es wichtig, dass wir ihn nicht nur fachlich beraten, mit unserer fachlichen Kompetenz überzeugen, sondern auch den Menschen wahrnehmen. Und so wollen wir es auch bei den Mitarbeitern halten, beim Miteinander in der Bank halten. Dazu braucht es Formate. Eines meiner Formate ist das Vorstandsfrühstück, bin aber auch sehr viel in den Filialen unterwegs, setze mich zu jedem Mitarbeiter, um zuerst immer zu hören, was gut funktioniert und dann auch darüber zu reden, was weniger gut funktionieren. Und da versuchen wir uns dann auch darum zu kümmern und diese Vorschläge aufzunehmen. Zukunftsfit zu sein, heißt für uns Begegnung auf Augenhöhe.